Ich denke, das lässt sich doch bestimmt auch besser testen Beim nächsten Mal, Ado Du hast einen Hund am Bein Der dich ziemlich laut anknurrt Ja, okay, ich hab dir letztes Mal schon gesagt, was passiert, wenn dein Hund sich einmisch Tut mir leid Tja, der weiß nicht, der knurrt nur Ja, ich hab dich gewarnt Wenn der Hund irgendwas mit mir macht, der tot Dann hau ich ihn kaputt Das hab ich dir vorhin gesagt Mach das nicht mit mir Also der knurrt nur oder der hängt jetzt an meinem Bein Nein, der knurrt nur Ja, dann ist er mir egal, der knurrt wieder weggetreten Das ist ja ein Rachtsobdruck, keine E-Zorn Ja Der Hund auch nicht Ja Ich guck den Hund nur an, guck dich an Wie gesagt Freunde, ich denke, wir sind quitt Ich denke, jeder hat hier Seine Fähigkeiten zu Beweis stellen können Und wir sollten jetzt wirklich Nun Die Wachen einteilen und dann zur Ruhe kommen Ich denke nicht, dass Ich halte Wache mit ihm Ich will zeigen auf Ado Jonah, gib mir mal einen Raufenschaden Mit DPKK natürlich Und Travigor, gib mir mal eine Heilkundeseele Ui, Heilkundeseele, nicht überzeugen oder sowas? Überzeugen würde ich natürlich auch, aber Das habe ich nämlich gar nicht Das ist gegen die Nachteile Ui Was hast du da für eine Wunschwelle, Ado? Ich habe Eiser, nur Sekunde Wo kann ich denn die Wunschwelle nachschauen? Ähm, Konstitution halbe plus zwei Neun Der Konstitution ist, äh, genau Deine Konstitution ist 14 Halbiert sind sieben plus zwei ist neun Nicht überschritten Ist keine gebrochene Also doch, sie ist halt gebrochen Aber es ist keine Wunde Ich wollte sie nicht brechen Ich wollte sie doch nur ans Gesicht hören Er war zu langsam Er war zu langsam Okay, ja Zählt man Rüstungsschutz? Äh, am Kopf? Jo Ja, würde zählen, klar Hm, trotzdem noch die Überzeugenprobe von Travigor Was, du hast Rüstungsschutz am Kopf? Ähm, ich würfel einfach mal Entschuldigung, jeder Helm Ja, mach mal Ach, du hast einen Helm auf? Das hatte ich nicht, äh, verrat Ich hab keinen Helm auf Wenn du mir nicht ins Gesicht haust, dann Ja, Travigor, wie kann man dich auch ernst nehmen, wenn du dein Schild verschenkst? Genau Deswegen Warum hab ich den große Gier nicht hochgezogen? Ja, so könnt ihr, ähm Der würde bei mir so nicht wirken So könnt ihr sehr unzufrieden Dann euch in diese Mulde setzen Es ist kalt Äh, ihr vermisst die Farben Und ihr seid euch auch nicht sicher, ob ihr jemals wieder Farben sehen könnt Äh, auch das Blut, was, äh, jetzt in dem Gesicht von Ardo trocknet Es schmeckt zwar eisern, aber Es vermisst auch diesen, diesen roten Wie gern würdest du dein rotes Blut wieder sehen? Wobei Das Blut der Ruhnen auf dem Feld war rot Der einzige Hoffnungsschimmer, der euch irgendwie bleibt Blutiges Zerjad Ich geh nochmal zu ihm rüber Reich ihm eins von der Tücher und sag hier So feste soll das eigentlich nicht gemeint sein Bisschen aus der Übung Hinterher jetzt einen Rückzieher machen Ne, ich denke, das ist die Art und Weise, wie sie sich Torvala vorstellen Ich denke, das ist mit ihrer Kultur so Da habt ihr recht, Leute So sind die Swafen jetzt recht Ich nehm's dir mal ab Und halt's mir an die Nase, aber sag jetzt kein Ton Ja, brütest und überlegst, wie du das hier heimzahlen kannst Wenn sie einschlafen sollte, wär das natürlich sehr einfach Hey, wir haben zusammen Wache Also setzt ihr euch hin, wer hat die erste Wache? Fiona und ich Gut, die anderen wollen schlafen? Nein Nein Also alt machen wir zur Mitte Ich würde in Kreisen ums Lager rumzirkeln Schön abgeduckt, langsam mit dem Hund an der Seite Fiona, möchtest du sitzen bleiben? Ich? Ich stehe im Schlafen Obwohl du Wache hast Du bist Wache Achso, ich dachte danach, wäre die Frage gewesen Ja, ich hab doch Frischheit Wache Also ich hab jetzt Wache Also ich möchte nicht sitzen, ich möchte rumgehen Gut, also du wirst eben so durch das Feld gehen Gut Während die anderen sich hinsetzen Corian, sehr missmutig, wird versuchen nicht zu schlafen Aber die anderen legen sich wohl weißlich hin Ihr werdet von Albträumen geplagt Wenn ihr irgendwann anfangt zu zucken Irgendwann wegdummert in das Reich von Boron, von Bestariel, von Tagunitod Und seht Schämen, die vor euch sitzen Ihr könnt über eurem eigenen Körper schweben Und blickt auf die Szenerie hinunter Wie ihr euren eigenen Körper seht Wie ihr Fiona und Ado beobachtet Und auch den Hund, den er mit sich führt Der Hund leuchtet etwas in einer falschen Farbe Während die anderen gerade im Lager umhergehen Sorgsam Könnt ihr wohl sehen Wenn ihr auf einem der kleinen Hügel steht Wie die schwarzen Getreidehalme wohl nach und nach aufleuchten Ebenso wie der rötlich Die einzige Farbe, die wohl erlaubt zu sein scheint Und sich kleine Viele Insekten erheben und durch die Luft schweben Das Ganze in ein rotes, luminisierendes Licht tauchen Abermillionen von ihnen Die in der Entfernung Über das Feld schweben Durch das ihr bereits gegangen seid Ja, während dieser Nacht Während die anderen dann wache halten Wird sich Kurian irgendwo ein paar Meter weit weg Von den schlafenden hinsetzen Im Schneidersitz wird dann das gröbste Anrüstung ausziehen Also die Brustplatte, die ihn so am meisten behindert Das Schwert vorne auf die übereinander geschlagene Beine legen Und dann die Augen schließen Und langsam anfangen Vor und zurück zu wippen Und ein Gebet Könnte man es wahrscheinlich nicht so ganz nennen Zu sprechen Wird man dann immer wieder Sätze rüber gemummelt bekommen Alles was groß ist, wurde auf Leite richtet Lege alle Lügen und Illusionen ab Denn sie sehen an den starken Ohr Wird das, äh, ja, wahrscheinlich ungestört Gehe ich davon aus So lange machen, bis ihn niemand stört Möchtest du dich selbst schneiden Was die Trollzucker tun Ich würde mir keine Wunden zufügen wollen Aber wenn nicht so einen kleinen Schnitt Einfach mit etwas Blut auf der Hand zu spüren Das tut doch schon ganz gut Die neuen Regeln von Goreyodogulavend Ja, dann gib mir doch mal eine weitere, ich sag mal, Sinnenschärfe Was, die hat das denn eigentlich Auswirkungen, wenn man jetzt nicht schläft? Oder gibt es dann Abzüge bei dir? Oder wie läuft das? Ähm, für die erste Nacht nicht Aber für jede weitere Nacht Beziehungsweise dann, äh, Kämpfe Okay Also man kann ohne Probleme 24 Stunden wach bleiben Aber dann wird man, äh, saftige Erschwernasse bekommen, ja Was warst du jetzt? Sinnenschärfe, ne? Sinnenschärfe, vor allem höheren Erschwert? Ne Ich schärfe aufs meine Ich bin nicht der Ah Ihr seid der Meinung, dass ihr nichts außer dem Gemurmel von Kurian hört Irgendwann die Zeit ist vorangeschritten Könnt ihr den nächsten wecken Nona kann sich ja so hinlegen, wenn sie mag Oder willst du auch wach bleiben? Nö Ich leg mich hin Ich will keine Erschwernisse haben Ardo, wie sieht's mit dir aus? Möchtest du gleich schlafen oder wartest du? Ich leg mich schlafen Die nächste Wache kann angetreten werden Doch ihr könnt das seltsame Leuchten von Insekten erkennen Auf den Feldern Was auch immer das für Kreaturen und Wesenheiten sind Was auch immer sie dort für Brüchte einsammeln Samen Wache hält der Magier, richtig? Genau, der macht gleich mal ne Neugierprobe, wenn ich die finde Bei den Nachteilen Oh, oh, wie schön es leuchtet Sollts auch ein halbherer B20 würfeln, das würde auch funktionieren Ist schon gekommen, dann müssen wir unseren Magier Umkunft wiederfinden Bei den leuchtenden Dingen, der er gelaufen ist Und dann verlau 16 sollte eigentlich geschafft sein Schon interessant, aber naja Vielleicht auch gefährlich Gut So könnt ihr weiter die Wache halten Und auch Alpharan kann ohne weitere Vorkommnisse dann Travigor wecken Und Corian ist abseits irgendwo noch, oder wie? Und ihr sitzt so ein paar Meter weit von euch weg Also würdet ihr ihn auf jeden Fall sehen, wenn du im Lager bist Hatte der gesagt, dass er Wache hält? Ne Gab es irgendwas Bemerkenswertes? Es gibt ja irgendwie wahrscheinlich so Kleine Flugwesen, so vielleicht Insekten oder so Die auf den Feldern da irgendwie herumschwirren Und? Wenn es nur das ist? Ich würde denen auch nicht zu nahe kommen, aber irgendwie Vielleicht auf der Rückreise mal schauen, oder so Corian, du bemerkst, während du betest, wie wohl auf deiner Hand es zu kribbeln beginnt Ich schlag mal auf die Samentrauch, ohne ein Auge zu öffnen Dir fängt so ein bisschen an zu schmerzen Dann mache ich ein Auge auf und Linsen nach unten Es ist wohl nichts, einfach alles dunkel Aber während Alpharan auch Travigor gerade geweckt hat Ihr könnt wohl bemerken Irgendwas stinkt hier Verwesendes oder verbranntes Fleisch Das kommt von Corian Ihr sitzt da weiter, hört mich auf zu beten Ich werde mal leise zu ihm rüber gehen Du, anstatt dich zu ergeben, was dich nicht tötet, macht dich stark Selbstverständlich, Kurian, euer Gnaden Ich bin kein Gewalter Was ist gestört Nur Frage, ob bei euch alles in Ordnung ist Er macht sie auch noch Exotisch Ich führe mich zu nahe treten Soll ich dir das nicht? Ich sehe es nicht überall hier so Vielleicht bilde ich mir das nur ein Schaum mich mal ein bisschen um bei ihm Der Gestank kommt von ihm Definitiv er Bis, was wollt ihr jetzt? Wisst ihr, Kurian Wenn ihr irgendwelche Wunden habt Kann versuchen, sie zu verbinden Ich bin Muss ich zugeben Bei aller Bescheidenheit Relativ Ich bin Im Bereich der Wundheilung Man sieht es mir vielleicht nicht an Was ist los mit dir? Ich habe keine Wunden Während du das sagst Ein weiteres Stechen von deiner Hand Ein Schmerz Scheiße Mal den Ja, das Plattenteil aus Was da über der Hand liegt Komm mir die Hand an Irgendwas Irgendwas hat sich da wohl gebildet Ein Kreis Was ist? Etwas mehr Etwas mehr Lichtwagen Genau kannst du das nicht erkennen Hast du Licht oder sowas? Da ist irgendwas Also ich will Bekannt geben Wir sollten ja kein Licht anmachen Um Licht aufzufallen Jetzt Bring schon Licht Fang mal an An meiner Hand zu kratzen Versuch das irgendwie runter zu kriegen Ja Travigo Der widerliche Gestank Nach Menschenfleisch Wird mehr und mehr Der magier noch wach Ganz hingelegt hat er sich glaube ich noch nicht Hatte ich gerade geweckt Genau Ich hatte ihn gerade geweckt Ja gut Dann komme ich mal dazu Äh Alf Hättet ihr eine Möglichkeit Ein Licht zu entzünden Irgendwas stimmt hier nicht Können wir euch nicht beunruhigen In den Stabzauber mal wirken Für einen ASP In dem Licht deines Magierstabes kannst du wohl erkennen Wie sich auf der Hand von Corian eine Tätowierung gebildet hat Ein neunzackiger Stern Was bei Corian Ja etwas pulsiert Neun Neunzacken sind das richtig Eins zwei neun Ja das kann doch nicht schlechtes sein Die heilige Zahl von Corian Sagtet doch ihr seid nicht verletzt Das ist keine Verletzung mein Freund Schau mal auf Das ist ein Zeichen von Corian Weck dir die Faust in den Himmel Wollt ihr dieses Zeichen behalten Meine Gebete wurden erhört Ein breites Grinsen War vielleicht ein bisschen unheimlich Weil er grinst so selten Wie wird sich auf seinem Gesicht Was habt ihr denn erbieten Hier seht doch Neun Neunzacken sind das Genau wie die neun Regeln Die Magier fragen dann Nun Ja was Zeige auf eine Zacken Alles was groß ist wurde auf Leid errichtet Den zweiten Lege alle Lügen und Illusionen ab Denn sie hindern den Starken nur Genieße eine kurze Pause mehr als eine lange Und dann fange ich an nochmal die neuen Regeln runter zu beten Macht alles mehr oder weniger Sinn Wenn du nach diesen Regeln lebst Bist du ein wahrer Bruder Travia hat auch ihre Regeln Und man sollte sie befolgen Denke Die ein oder andere Regel Stimmt überein Denke ich Ist das normal Dass Kur irgendwelche Zeichen unter die Haut legt Götter und Kulte Gibt sicherlich einige Tätowierungen Die sich die Geweihten Als Belohnung geben Klar von den Ferdis Die da mit ihren Delfin-Tätowierungen herumlaufen Rechte und linke Hand Und auch Kor-Tätowierungen Sind nicht unüblich Den neunzackigen Stern Das Motiv Kanntet ihr so noch nicht Beziehungsweise Jalf Du kennst dieses Motiv so noch nicht Aber Die sollten zumindest nicht einfach so entstehen Darf ich mal würfeln Um zu sehen Dass das vielleicht doch nicht so sehr Ein Symbol von Kor Götter und Kulte Neun ist gut Es bleibt genau da wo es ist Und zu seiner richtigen Hand Die linke Die mit dem fehlenden Finger Und es schmerzt Angenehm Mit dem Stinken nach Menschenfleisch Ein Problem Kor ist bei mir Ohne Ado ihr werdet durch den lauten Ruf wach Ruhe verdammt Was passiert Direkt aufspringen Und nach den Waffen gucken Geistert strecke ich ihr die Faust entgegen Sieh her Kor hat mich gezeichnet Gezeichnet Ist das dein scheiß Ernst Götter sind mit uns Aber wir sollten vielleicht die anderen doch Ihre wohlverdiente Ruhe Genießen lassen Weiß Waffen dir Wenn du nicht schlafen willst Das ist die eine Sache Und dafür wirst du uns jetzt geweckt Wegen Kor Wegen Kor Lass mal sehen Sieh her Ich schau mir das genauer an Wenn du dir die Hand entgegenstreckt Kannst du die Tätowierung erblicken Und du siehst voll auch Wie sie sich Hält Schmerzt das Oh ja Das ist gut oder? Und zwar sehr Das ist sehr gut Mein Freund Willst du mal eine Heilkunde Wunde machen? Er will Nicht Bewegt werden Ich möchte es mir nur anschauen Bald mal die Faust Die Faust wird gewandt Bewegt sich Ja es bewegt sich Also unabhängig von eurer Faust Aber seht es Es dreht sich Ist wie eine Kompassnadel Aber na gut Neun Zacken Es gibt keine richtige Nadel Oder eben neun Stück Keine richtige Richtung Ich will euch ja nicht zu nahe treten Aber Äh Wir suchen gerade jemanden Der als Kurge weiter unterwegs ist Und der Leute verletzt hat Deren Wunden nicht mehr heilen Und jetzt fühlt ihr euch Tatsächlich sicher Durch das Was euch hier an einem solchen Ort passiert ist Dass es auch tatsächlich von Kur kommt Ja Wer hat euch versichert Dass es tatsächlich ein Bruder war? Ihr habt gesagt Kur hat euch gezeichnet Richtig Verstümmelung ist Äh Nicht unbedingt Positiv zu bewerten Aber ich denke im Äh Kor Kult Sehr Ich bin mir nicht sicher Dass das was jeder macht gut ist Ich drück mal kräftig auf das Tattoo Tut es mehr weh? Nein Hm Spannend Seit wann sind dein Hortbilder Verstümmelungen? Richtig Außerdem Zähle ich immer noch neun Sacken Und nicht dreizehn Ich will euch da wirklich nicht reinreden Aber überlegt wo wir hier sind Ich gebe euch zu bedenken In was für einem Umfeld wir hier sind Wir haben eine Frau gesehen Von der wir dachten Dass sie vielleicht eine Geweihte war Die komische Schatten hinter sich hat Ja Magier Vielleicht könnt ihr das Genauso untersuchen Wie ihr es bei den Verwundeten gemacht habt Ob Äh Sich da Äh Dämonische Spuren Äh Befinden Könnte ich Ich bin nur am überlegen Ob Ähm Wenn ich jetzt nichts sehe Und Das wäre ja eigentlich zu erwarten Dann Na gut Nur wenn Ihr euch Ähm Das zutraut Oder Wenn das Sinn für euch macht Meine ich Ja zutrauen sicher Aber Hm Lass uns Lass uns mal abwarten Ob das irgendwie noch Ob das abklingt Mit dem Gestank Oder so Aber bin ich die Einzige Die das merkwürdig findet Dass in einer solchen Umgebung Plötzlich so etwas passiert Mitten in der Nacht Nein Ich äh Ich finde das auch Also ich finde Euren Einwand Auf jeden Fall angebracht Zumindest Nicht unangebracht Hm Vielleicht ist das ja Wirklich ein Zeichen Vielleicht Gerade das Zeichen Von Kor Das auf unserer Seite ist Gegen diesen Naja Vielleicht sogar Paktiere Oder wie auch immer Ich hörte da wo die Dämonen herrschen Bluttropfen In die Mitte Von diesem Sternentropfen Schau mal was passiert Gibt immer Schadenspunkte Mit dem Durch 1W6 plus 1 Ist das glaube ich Als typischer K Oder sowas Gibt dir 3 Äh Ja SP Und du siehst wie Der Bluttropfen Wohl Auf eine der Sterne wandert Zeigt nach Norden Ähm Ich drehe mich mal Um mich selber um zu gucken Ob er tatsächlich Nach Norden zeigt Oder Irgendwas in mir Äh nee Du siehst wenn du dich drehst Wie wohl Die Kompassnadel Diese Rose Sich weiter dreht Auf deiner Hand Während du dich bewegst Und auch Wo der Bluttropfen Tatsächlich Darauf fahrt Und nach Norden zeigt Hm Hm Vielleicht Ich möchte aber darauf hinweisen Dass wir vor kurzem Erst Blut in einem Feld Gesehen haben Was nicht so gut war Ich bin mir sicher Dass er mir damit Etwas zeigen will Oder es ist eine Falle Warum sollte der schwarze Schnitter mir eine Falle stellen Weil ich nicht davon überzeugt bin Dass er es war Naja jetzt gerade macht's nichts Ich leg mich wieder hin Ich denke wir sollten auch Nicht jetzt den Spuren nachgehen Vielleicht äh Morgen früh Wenn überhaupt Vielleicht hat der letzte Der diese roten Zeichen In das Feld Geschrieben hat Auch so etwas gehabt Wer weiß es schon Wenn das schlimme wird Weckt mich Ich lege mich jetzt schlafen Mit einem Unguten Gefühl Könnt ihr euch Wieder hinlegen Albträume Quälen euch weiterhin Regeneration 1w6 Minus 4 Also Nicht Schadenspunkte Einfach nur 1w6 Und solltet ihr Negativ regenerieren Gibt's keine Regeneration Ich hab keinen Schaden Einfach durch Albträume Die euch quälen Durch wenig Schlaf Und durch die Finsteren und sinisteren Gedanken Die durch euch gehen Umso stärker Wird Kurian Diese Nacht noch beten Dann Graut der Morgen Ja Und im wahrsten Sinne Das Wort ist Denn Wieder werdet ihr Wach in einem Zwielicht Haben Was mögt ihr tun Ausbrechen Weiter Richtung Albuin Also ich hab Während meiner Wache Die Rüstung So ein bisschen poliert Immer wieder umgeschaut Der Kurge Weiter hat Weiter Gebietet Würde ich irgendwann Erst wecken Wenn die nicht Von selbst Aufgewacht sind So brecht So brecht ihr wieder auf Könnt auf dem Weg Eure Trockenration Essen Das Pökerlfleisch Was ihr von Leo mal dem Löwen Bekommen habt Beziehungsweise Von seinen Waldlöwen Und dann Irgendwo dem Fluss Und den Hügel Folgen Die euch dann Ado weist Da er von hier kommt Bis ihr dann Zu einem kleinen Weiler Kommt Wo tatsächlich Auch wieder So etwas wie Licht Zu herrschen Scheint Und auch hier Gibt es Wieder Farben Die sich nach und nach Wieder in eurer Bild Schieben Außer für Alpharan Der Permanent Farbenblindheit Oder der Farbenblindheit Leidet Für euch ein kleiner Weiler Der wohl auch Von der Entfernung Schon auszumachen Ist als Ja Als besonderer Ort Das Prajosville ist Viel Gold Was ihr hier erkennen könnt Und Auch das Wappen Der Bregelsaums Was hier über einem Etwas größeren Es ist kein Stall Es ist kein Hof Könnt auch eine kleine Mühle erkennen Ein kleines Gasthaus Wohl Aber über einem Was ist das? Ein Kerzenzieherhof Dort weht Nicht nur die Flagge Von den Bregelsaums Sondern auch Von Pryos Das weiße Schild Ich denke Wir haben es geschafft Freunde Kennst du die Ardor? Ja bitte? Bitte? Kennst du die Ardor? Ich sehe Dein Pryos-Banner Also ich vermute Dass wir Richtig sind Hier vor Ort War ich nur Ein, zwei Mal Das ist lange her Ihr habt alle Gute Arbeit geleistet Muss ich sagen Also Vortrefflich Vor allen Dingen Ihr, Ardo Aber auch der Rest Wirklich Gute Arbeit geleistet Ich hätte es nicht Besser machen können Den Weg hier zu finden Ich nicke dir mal zu Gab Fast Kein Blutvergießen Sehr gut Ich habe gedacht Der geht schneller Blutverzucken Von wegen Blutvergießen Ist eigentlich noch Dieses Hautbild da Das Hautbild ist Weiterhin da Natürlich So etwas geht nicht Mit einfach so Weg Stinkt das noch? Ja Tinken Gebrannt am Fleisch Weiß nicht Was ihr da riecht Gut Richtung des Gehöfts Oder des Angehens Das ist wie gesagt Eine kleine Ansiedlung Ein Weiler Gibt mehrere Gebäude Schmiede Ein bisschen außerhalb Dann eine Mühle Die da so ein bisschen Im Wind knarrt Auch wenn hier Schon seit einiger Zeit Nichts mehr Gemahlen worden ist Aber ihr könnt dann Wohl auch erkennen Wie jetzt Zu dem Morgen Ist immer noch Vormittag Ihr seid Ungefähr Fünf oder sechs Meilen Gewandert Die natürlich auch Ein bisschen Zeit kosten Aber Ihr könnt wohl erkennen Wie auf dem Dorfplatz Direkt dann Zwischen Spiede Dem Gasthof Und dem kleinen See Eine große Menschenansammlung Steht Ich würde sagen Zwanzig Leute Die hier Dann sich Versammelt haben Um einen Menschen In einer Goldenen Prachtvollen Robe Und Er hat auf seinem Haupt Eine Adlermaske Aus Gold Steht er wohl Hat seine Hände Ausgebreitet Graue Haare Die dann unter Der goldenen Adlermaske Hervorwallen Und Predigt wohl Gerade zu den Menschen Die hören Ihn Die kleben An seinen Lippen Was sie Wachen Vor dem Ortseingang Gibt es nicht Scheint wohl Keine Angst Zu haben Das ist dieser Albuin Scheint ganz so Albuin von Bregelsaum Soll diese Maske Hm Lass uns doch Hingehen Oder will ich Zuhören Geht voran Nach euch Bregelsaum 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 Bregelsaum